Musik Ja, wirklich ein wunderbares Berufsleben hinter mir. Ich sage immer, ich gehöre zu den wenigen Leuten, die ihr Leben lang für ihr Hobby bezahlt worden sind und das auch nicht schlecht und die ihr Leben lang auch immer auf die Unterstützung sehr vieler lieber netter Kollegen zurückgreifen konnten und ich habe wirklich mein Leben lang auch immer davon profitiert. Auch im Institut für Weltwirtschaft hatte ich immer Leute, die ich um Rat fragen konnte und die mir bei vielen Dingen geholfen haben, mit denen ich viele interessante Debatten geführt habe. Dafür möchte ich ganz einfach mal recht herzlichen Dank sagen. Neben der tollen Zusammenarbeit mit den Kollegen bleiben aber auch andere positive Erfahrungen in Erinnerung, die Professor Langfeld während seiner Tätigkeit an der FH Kiel machen konnte. Also ich habe sehr viele interessante und schöne Reisen gemacht. Wir haben früher, zu Zeiten des Diplomstudiengangs, sind wir immer mit dem dritten Semester nach Osteuropa gefahren. Da ich der Polenbeauftragte von Anfang an dieser Hochschule war, habe ich sehr viele dieser Reisen begleiten können. Das war immer sehr, sehr, sehr nett. Und ich habe auch mal das sehr große Vergnügen gehabt, als Beauftragter dieser Hochschule an einem Austausch der deutschen und der polnischen Hochschulrektorenkonferenz zum Ende, glaube ich, zum Jubiläum des Ende des Zweiten Weltkriegs teilzunehmen. Das war auch eine ganz eindrucksvolle Veranstaltung, die ich also auch nicht missen möchte. Auch die Kollegen denken gerne an gemeinsame Erlebnisse zurück. Ja, lieber Enno, 23 Jahre haben wir zusammen Lehre betrieben an diesem Fachbereich. 23 Jahre haben wir versucht, Grundprinzipien des ökonomischen Denkens an unsere Studierenden zu vermitteln. Eine leichte Aufgabe mit dir hat das viel Spaß gemacht. Ich erinnere mich besonders gerne an ein gemeinsames Seminar zum Thema Ressourcenökonomik zurück. Der Arbeitstitel war Öl und Sardinen. Ich glaube, das war ein hervorragendes Beispiel für das, was heute unter Code-Teaching formiert. Ich bewundere dich auch immer wieder, wie du es schaffst, mit Ruhe und Stringenz die größten und komplexesten wirtschaftspolitischen Probleme auf den ökonomischen Kern zurückzudampfen. Das ist, denke ich, etwas, wo deine Studierenden auch sehr von profitieren konnten. Ja, ich danke dir für die tolle Zusammenarbeit als Freund und Kollege in diesem Institut und wünsche dir alles Gute. Etwas überrascht äußerte sich Erno Langfeld hingegen über die aktuelle Entwicklung der Studierenden an der FH Kiel. Als ich anfing, war das 1984 mein herzter Lehrauftrag. Es gab keine Stunde, wo ich nicht sagen musste, so, Schluss der Debatte, seit fünf Minuten kein neues Argument, feiern wir noch weiter im Schock. Heute ist das, ich stelle mich hin und diskutiere mit mir selber. Und selbst wenn es Themen gibt, die die Studierenden betreffen, die, was weiß ich, Veränderungen im Rentensystem, wo völlig klar ist, wer das bezahlen muss, selbst dann kommen sie nicht aus sich raus. Was mir auch aufgefallen ist, ist, dass immer wenige Studierende schon berufliche Erfahrungen haben. Es war früher also sehr viel einfacher. Heute muss man zum Teil schon erklären, was ein Unternehmen ist und was es macht. Und sie können sich auch vorstellen, dass junge Menschen, die schon Berufserfahrungen sind, auch in der Regel etwas zielstrebiger sind. Die wissen ganz genau, was sie wollen. Für sie ist Zeit ein sehr viel knapperer Faktor. Sie möchten dann auch sehr viel schneller fertig werden. Also den Eindruck hatte ich auch. Da hat sich also auch ein bisschen was verändert. Ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, wenn ich so meine Noten angucke, dass es heute mehr gibt, deren einziges Ziel ist, überhaupt durch eine Klausur durchzukommen. Es beschwert sich heute kaum jemand noch darüber, dass er eine 4 bekommen hat. Während es früher an der Tagesordnung war, dass Studierende kamen und sagten, warum habe ich noch eine 4 bekommen? Wenn sie mich hätten durchfallen lassen, hätte ich noch einen zweiten Versuch gehabt. Kommt heute praktisch gar nicht mehr vor. Also da hat es schon ein paar Veränderungen gegeben. Doch um ein Haar wäre es erst gar nicht zu einer Beschäftigung an der FH Kiel gekommen. Nur mit viel Überzeugungsarbeit gegenüber dem Präsidium konnte man letztendlich den Kampf um Enno Langfeld gewinnen. Lieber Enno, zu deinem Abschied darf ich ein paar Worte sagen. Das erlaubte man mir. Ich freue mich sehr darüber. Ich habe in meinem Rechner eine Nachricht gefunden, mit der ich dich ankündigte, beziehungsweise deinen Dienstantritt. Dieser Dienstantritt hat aber eine Geschichte und beinahe wäre es so gekommen, dass wir, wenn du nicht so beharrlich dabei geblieben wärst und dein Interesse an uns bekundet und immer weiter verfolgt hättest, dich gar nicht bekommen hätten. Es war ja ein ziemlich langer Weg bis zu deiner Berufung. Und das finde ich ganz interessant. Ich war damals ja der Vekan und habe die ganzen Dinge abgewickelt. Und dass wir über eineinhalb Jahre letzten Endes kämpften, bis wir dich kriegten. Ich darf das mal so sagen, denn wir kämpften wirklich. Du hattest bereits zweimal das Berufungsverfahren absolviert und überragend, wie wir fanden, abgeschnitten. Und ich habe immer gesagt, damals dem betreffenden Menschen im Ministerium gegenüber, was soll denn eigentlich noch passieren? Der hat zweimal so gut abgeschnitten. Und bei einem neuen Verfahren würde das ganz sicher wieder so ausgehen. Nach langem Hin und Her ließ sich das Ministerium dann doch breitschlagen. Und in der Summe muss man dann sagen, war es wichtig und gutig zu kriegen, erstens ein Volkswirt, der uns immer unterstützt hat und unseren Studierenden nahe bringen konnte und tatsächlich nahe bringen wollte, was ökonomisches Denken ist. Und bei all dem, das Dasein für die Studis, die hervorragende Fachlichkeit und einfach ein persönlich ganz, ganz angenehmer Kollege. Ich danke dir ganz herzlich für die langen Dienstjahre und für das gute Miteinander. Mach's gut! Applaus Applaus